Musik Du träumst davon, mal im Rampenlicht zu stehen, Chart-Hits zu landen. Du bist überzeugt, du hast das Potenzial für eine Karriere im Musikbusiness, aber es fehlt noch der letzte Feinschliff? Dann bist du in dieser Schule genau richtig. Hallo, wir sind die School of Pop und ihr schaut SCO-TV. Be part of it! Die School of Pop befindet sich mitten im 6. Wiener Bezirk und dort lernst du singen wie die Stars. Bei uns kann jeder singen lernen, wenn er Interesse hat und es ist auch unsere Erfahrung, dass wirklich jeder Mensch singen lernen kann. Unsere Schüler und Schülerinnen haben Spaß, wir sind da auch sehr flexibel, was die Playbacks betrifft, was die Musikrichtung betrifft und es kann jeder zu uns kommen und bei uns sich das Ganze mal anschauen, auch im Rahmen von einem Gesangsworkshop und dann, wenn man das gerne machen möchte, kann man weiter Unterricht nehmen. Musik Vom Einüben deiner Lieblingssongs, Recorden im eigenen Tonstudio bis hin zu Möglichkeiten von Auftritten. Bei der School of Pop gehst du die ersten wichtigen Schritte hin zu einer Gesangskarriere und professionelle Coaches sind immer an deiner Seite. Bei uns in der School of Pop ist wichtig, dass man keine Grenzen hat, dass man alles ausprobieren kann. Ich kann in verschiedene Genres schauen, ich kann sagen, ich möchte mal den Song auf Reggae probieren oder ich möchte ihn eher funkig probieren, eher in Richtung Rock gehen. Musik Unser Unterricht ist in drei Stufen aufgegliedert, die Basic-Stufe, die Advanced-Stufe und die Profi-Stufe. Und jeder, der bei uns beginnt, beginnt erstmal in der Basic-Stufe und kann sich dann in seinem eigenen Tempo hinaufarbeiten. Musik Spaß ist für uns eine der wichtigsten Sachen. Wir möchten, dass unsere Schüler Freude haben am Singen und wir versuchen auch, diese Freude wirklich zu überbringen und zu übermitteln, weil das eben das Allerwichtigste ist. Musik Du möchtest die School of Pop mal ausprobieren? Dann aufgepasst! Diesen Herbst gibt es wieder drei Gesangs-Workshops. Also ich war vor circa einem Jahr bei einem Workshop dabei, bei einem Wochenend-Workshop und das war ziemlich genial. War total eine entspannte Atmosphäre und total interessant zu sehen, was man irgendwie aus seiner Stimme rausholen kann. Also ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt keine Erfahrungen davor gehabt. Wir bereiten da einen Song vor und man kann einen Nachmittag mit uns verbringen und wir demonstrieren da unsere Gesangstechnik, unsere Herangehensweise ans Thema Singen, arbeiten aber auch ganz kräftig an der Stimme. Und am Schluss stehen die Teilnehmer dann vor einem Studiomikro und nehmen dann einen Teil vom Song auf. Und das ist immer das Highlight von diesem Workshop und immer ganz spannend für Leute, die das noch nie gemacht haben, und die eigenen Stimme auf einer Aufnahme abzuhören. Alle Infos und Termine findest du unter www.schoolofpop.at